So Freunde, kurzes News, wobei kurz ist ja bei mir nie was, ich weiß, einige beschweren sich darüber, aber dann ist es für Sie der falsche Kanal, ich bin nun mal eine Laberbacke, die über ein 3-Minuten-Thema 20 Minuten redet, so ist es nun mal. Weil ich will es gar nicht ändern, um ehrlich zu sein, das ist mein Wesen und denen, denen es nicht gefällt, dann ist es halt so. Worum geht es heute? Kann man das als Paukenschlag bezeichnen? Ich weiß es gar nicht. Triple Seven, da ist ein Bericht einer norwegischen Plattform rausgekommen, Josimar Football, da kriegt Josh Wunder auf jeden Fall teilweise sein Fett weg, als auch die Triple Seven Group und es geht ums Olympiastadion, wo jetzt ja wohl feststeht, da hat der Präsident der Unioner die Mitglieder informiert, dass die Champions-League-Spiele jetzt tatsächlich im Olympiastadion ausgetragen werden. Wenn euch diese Themen interessieren, bleibt auf jeden Fall gerne dran. Wir sehen uns ja heute 21 Uhr im Stream von Nico, haben Kevin from The Block zu Gast und danach machen wir auch noch ein, zwei Reactions. Ich bin im absoluten Stress gerade. Ich habe auf der Arbeit so viel zu tun, wie sonst ewig nicht mehr. Ich habe einen Umzug, das ist eine absolute Katastrophe hier. Ach ja, die schöne Kündigungsfrist da am Streiten, hier alles saniert, muss hier alles saniert werden. Ich will euch nicht volljammern, aber ich bin gerade ein bisschen im Stress, deswegen, wenn ich irgendwas durcheinander bringe, dann korrigiert mich da gerne und seht es mir nach. Ich freue mich aber trotzdem heute Abend auf den Stream und wir beginnen mit dem Olympiastadion-Thema. Olympiastadion Union, jetzt ist es ja so, dass die UEFA wohl in dieser Testphase es sogar genehmigt hätte mit den Stehplätzen, sodass Union auch in der alten Försterei hätte spielen können. Aber, um jetzt mal ein bisschen zu sticheln, man kann sagen, jetzt ziehen sie doch dahin, wo die Kapitalgesellschaft, wie sie es ja genannt haben, die Kapitalgesellschaft aus Westend ihre Heimspiele ausführt, nämlich im Olympiastadion. Die Begründung sei von Singler, dass man eben, ja, man hat eben abgewogen und hat eben möglichst vielen Union-Fans es ermöglichen, sich halt Champions League anzuschauen. Da könnte man ja auch dann fast sagen, ja, aber warum ist es bei den anderen Spielen nicht so? Da wollen bestimmt auch mehr Leute ins Stadion als das Fassungsvermögen. Ich meine, gut, sie bauen ja jetzt aus, ein bisschen Sticheleien von meiner Seite als Hertha-Fan müssen erlaubt sein. Ist ja nun mal der Kult-Club, die dann, ja, die sonst ja sagen, sie wollen eigentlich nicht ins Olympiastadion, sie wollen auch nicht so arbeiten wie wir und jetzt, also ich finde es ja nicht verwerflich, aber es wird natürlich auch zum großen Teil monetäre Anreize geben, im Olympiastadion zu spielen, wo einfach mal mehr als dreimal so viele Zuschauer kommen können. Da kann man sich, glaube ich, gewiss sein, aber ich weiß auch, das könnt ihr ja mal reinschreiben, wir haben ja hier ein paar Unioner auch, wie ihr das denn empfindet, ob ihr das jetzt als blöd empfindet, ob ihr lieber in eurem Stadion gespielt hättet. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass wir es lieber im eigenen Stadion gemacht hätten, auch wenn ich weiß, dass wir nur zur Miete sind im Olympiastadion. Naja, auf jeden Fall steht es jetzt fest, dass sie zumindest mal für die Champions-League-Spiele, die drei Heimspiele, die es ja mindestens sein werden, im Olympiastadion spielen werden und die Spiele dort austragen werden. Gerne mal eure Meinung, ohne hier alle zu beleidigen, in die Kommentare und ein paar Sticheleien netter Natur, so wie von mir, sind ja wohl auch mal erlaubt bei einer Rivalität. Ja, was kann man auch kurz sagen, ganz kurz, hätte ich jetzt fast vergessen, und zwar sind die ersten beiden Spieltage terminiert. Am ersten Spieltag stand ja nur fest, dass Freitag das Eröffnungsspiel sein wird, Schalke gegen HSV oder andersrum, weiß ich gerade gar nicht mehr. HSV gegen Schalke müsste es sein, weil wir spielen ja am dritten Spieltag in Hamburg. Und unser erstes Spiel ist tatsächlich das erste Top-Spiel der Zweitligasaison, Samstag, 29.07. in Düsseldorf, 20.30 Uhr. Unser erstes Heimspiel ist dann auch unser erstes Freitagsspiel, das findet am Freitag, den 4.08. um 18.30 Uhr statt. Da freue ich mich doch schon sehr, sehr drauf auf den Saisonstart, wollte ich jetzt nur noch nicht unerwähnt lassen hier natürlich. Jetzt zu 777. Also, ihr könnt euch ja noch erinnern, was bei Lars Windhorst dann immer rausgekommen ist. Hier irgendwie Geld von, ist da Geldwäsche im Spiel und was weiß ich, Zahlungen nicht getätigt, Insolvenzverfahren geprellt, nicht gekümmert, alles Mögliche. Immer wieder irgendwelche neuen Berichte. Und jetzt hat das norwegische Magazin Josima Football, könnt ihr gerne nachlesen, auf deren Website einen Artikel veröffentlicht, mehrere Seiten, bestimmt 10, 15 Seiten, wenn man so runterscrollt auf dem Handy. Ist auf Englisch, könnt ihr euch entweder in Google Übersetzer hauen oder so durchlesen, ist eigentlich ganz gut verständlich. Auf jeden Fall Bericht veröffentlicht, wo mal so ein bisschen recherchiert wurde. Es sollte um die Fragen gehen, woher stammt denn das Geld, was haben sie eigentlich vor und was machen sie da. Das ist irgendwie nicht richtig nachvollziehbar aus ihrer Sicht und haben auch wirklich bei Josh Wunder mal ein bisschen tiefer gegraben, dass er echt viele Gerichtsverfahren schon am Hals hatte. Man muss natürlich bei sowas immer vorsichtig sein, weil am Ende sind das jetzt erstmal Anschuldigungen. Es geht nicht immer darum, dass es irgendwie erwiesen ist. Es gibt dann verschiedenste Quellen, verschiedenste Stimmen. Nicht alle Quellen wollen auch genannt werden. Aber gut weg kommt 777 dabei nicht. Die Frage ist halt immer, kann ein Investment-Private-Equity-Unternehmen überhaupt gut wegkommen? Oder ist dieses Geschäftsmodell halt einfach so hardcore unterwegs, dass es einfach immer Reibung und Verluste gibt? Das ist vielleicht so eine andere Frage, die man sich stellen muss. Deswegen, ob die Sachen alle stimmen, kann ich nicht beurteilen. Aber da waren auch viele Belege mit dran. Unter anderem war so der erste Tenor, ja, Josh Wunder, ist ja schon öfter aufgefallen, dass er mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist und vor Gericht war oder sich Anklagen gegenüber sah. Und das fing schon ganz früh an. Er hat ja irgendwie an der University of Florida studiert und soll damals schon mit 21 verurteilt worden sein. Oder ist verurteilt worden dafür, dass er, wie soll ich das jetzt beschreiben, ein berauschendes Mittel dabei hatte, was man sich für gewöhnlich durch die Nase zieht und was kristallähnlich aussieht. Ja, und da soll er über knapp über 30 Gramm dabei gehabt haben und war deswegen dann in den USA des Drogenverkaufes, der Drogenweitergabe quasi angeklagt, in den Verkaufs tatsächlich. Konnte dann aber irgendwie mit 13 Jahren Bewährung sich da raus, 16 Jahre Bewährung, sogar diese Strafen in den USA sind ja immer völlig wild. Es stand aber wohl auch im Raum, wenn er wirklich für Drogenhandel richtig angeklagt worden wäre, dass er da vielleicht hätte 26 Jahre hinter Gitter sein sollen. Er hat damals angegeben, es ging nur ums Konsumieren von ihm und einem Kumpel. Also eigentlich ist auf jeden Fall eine beachtliche Menge für selber konsumieren. Andersrum muss man sich sagen, wenn man jetzt das mal nur darauf bezieht, das ist jetzt, wie lange ist das her? Es ist 20 Jahre her, ja, ist jetzt was Altes ausgegraben, ist natürlich jetzt nicht gerade seriös. Andersrum, wenn man mal so in den Branchen unterwegs ist und da immer rausfinden würde, wer was konsumiert und vielleicht mal wofür eine Anzeige bekommen hat, ist natürlich schon schwerwiegender, wenn es wirklich um Handel geht. Aber ich will das gar nicht bagatellisieren. So was ist natürlich ein Unding, wenn man sowas vertreibt. Aber ich glaube, wenn man in Berlin unterwegs ist, dann merkt man, wie viele Leute sowas konsumieren. Und wenn man dann mal tiefer graben würde bei den ganzen Fußballern und so weiter, da würdest du auch einige finden, die das konsumieren. Aber damit will ich es nicht bagatellisieren. Ich will nur sagen, ist jetzt 20 Jahre her. Was hat das jetzt für eine Auswirkung? Ja, ich dachte einfach, als ich das das erste Mal gelesen habe, sorry für die Unterbrechung, musste gerade telefonieren. Ich dachte, als ich das das erste Mal gelesen habe, ja, was kram, ist natürlich nichts Unerhebliches, aber was hat das jetzt erstmal mit der Investmentgruppe zu tun? Was kramen die da jetzt so in alten Sachen raus? Es war aber wohl auch nicht das einzige Mal, wo er Probleme mit dem Gesetz hatte. Also es ist wirklich wild. Ich habe teilweise, ich habe neulich nochmal mir das reingezogen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, Tinder-Swindler, diesen Simon Leviath, der da so eine Art im ganz großen Stil, natürlich Betrügereien, aber im ganz großen Stil, da kommen wir später auch nochmal zu, Hütchenspiel oder andersrum Schneeballsystem eigentlich aufgebaut hat. Weil Schneeballsystem ist eigentlich nicht, es ist wirklich Hütchenspiel, wo man sich immer Gelder holt. Und so viele Dinge haben mich einfach an diesen Simon Levi verinnert, was sie hier diesem Josh Wanda zumindest mal vorgeworfen haben. Sie haben jetzt gesagt, dass er in Bellagio, also kennt man ja eigentlich, Bellagio, großes Hotel und natürlich auch Casino in Las Vegas, dass er sich da damals, also es ist völlig wild, wirklich, dass er sich da damals einen Kredit geholt hat, den er von 70.000 Dollar oder so, den er dann nicht zurückgezahlt hat. Dann wurde er dazu natürlich verdonnert, das zurückzuzahlen. Das hat auch ewig gedauert. Da sind wohl immer noch offene Zahlungen ausstehend, die er nicht zurückgezahlt hat. Das ist dann natürlich schon was anderes. Wenn jemand privatmäßig sich so eine Gelder da in irgendwelchen Casinos holt und dann nicht bereit ist, sie zurückzuzahlen, sagt man sich schon, naja, was hat der denn für eine Moral bei Zahlungen? Das ist, ich weiß nicht, ob das Rückschlüsse auf eine große Investmentfirma schließen lässt, aber das ist dann schon eine Sache, wo ich sage, boah, häuft sich aber jetzt hier eigentlich mal. Ja, und er hat dann trotz Gerichtsurteil einfach zu wenig zurückgezahlt. Und da sind immer noch Sachen ausstehend. Dann hat er, das ist ja auch so Simon-Levive-Style, also ich habe mich so oft daran zurückerinnert irgendwie, dann hat er bei Amex über 200.000 Dollar Kreditkartenschulden angehäuft oder soll angehäuft haben, sagen wir es mal so nicht, dass ich hier nur abgemahnt werde. Verurteilt, musste das zuzüglich Zinsen zurückzahlen, also immer wieder so eine Dinge. Und jetzt mal ganz ehrlich, sowas passiert doch nicht einfach so. Also schon ziemlich merkwürdig. Ich weiß nicht, wen wir uns da als nächstes ins Boot geholt haben oder ins Bett, wie man ja so schön sagt. Dann gab es ein Unternehmen, was sie früher mal hatten, was jetzt mittlerweile auch zur 777 Group dazugehört, Sutton Park heißt das wohl. Und das, ja, also im Detail beschrieben, ich verlinke euch gerne den Artikel hier unten im Detail beschrieben, wenn das alles so stimmt mit den Vorwürfen, ist es natürlich nicht groß zu Verurteilungen gekommen. Da sind das natürlich keine schönen Sachen. Da geht es um Ausbeutung, dass man Leuten, die in Notsituationen waren, ihre Renten quasi abgekauft hat für einen Spottpreis. Die haben dann natürlich das Geld sofort ausgezahlt bekommen. Die Unternehmen, das Unternehmen Sutton Park hatte dann eine monatliche Rente bekommen, die dauerhaft natürlich viel mehr Geld einbringt, als das, was sie dann ausgezahlt haben, also Notsituationen ausgenutzt. Dann wird denen noch vorgeworfen, illegale Kreditvergabe mit diesem Unternehmen und teilweise auch zu Wucherzinsen, was ja eigentlich normalerweise auch nicht erlaubt ist. Da war von dreistelligen Zinssätzen per annum die Rede, so um die 700 Prozent Zinsen im Jahr, wo man sich so denkt, also das kenne ich eigentlich nur aus anderen Bereichen der Gesellschaft, solche Zinsen. sehr, sehr wild. Dann ging es in dem Artikel noch Fluggesellschaft Flair, die da aufgekauft wurde und die haben halt ihre Boeings irgendwo geleast und 777 ist wohl angeblich den Zahlungspflichten nicht nachgekommen, sodass diese Leasingverträge der Boeings gekündigt wurden von dieser günstigen Gesellschaft Flair. Und dann soll 777, das ist alles jetzt erstmal Vorwürfe, denen wohl, ja, sie haben sich selber Boeings gekauft für einen günstigeren Preis und haben die dann zu horrenden Preisen in der Notsituation an diese Fluggesellschaft verliehen, beziehungsweise geleast, so dass sie dann teilweise Summen im Jahr bezahlt haben, womit sie das Geld schon wieder drin hatten. Das klingt jetzt erstmal nicht so illegal, aber ist natürlich auch wieder ein Aussetzen der Notsituation, vor allem eben einer Notsituation eines Unternehmens, was man sich in die Gruppe geholt hat. Ja, also unbekannte Quellen, das ist immer so eine Sache, aber unbekannte Quellen, die sie zu 777 befragt haben, teilweise auch Leute, die dort gearbeitet haben, sollen eher, wie viel Wert kann man darauf immer geben, aber die sollen eben besagen, dass 777 da wohl ein Hütchenspiel betreibt und man wirklich nicht weiß, wie viel Geld haben die denn eigentlich und arbeiten die nicht einfach wirklich immer nur mit fremdem Geld, was sie dann wieder neu investieren und wenn dann neues Geld reinkommt, dann wieder eben mit neuem Geld, was rein investiert wird und teilweise werden dann eben Sachen ausgezahlt, aber dass eigentlich gar nicht so wirklich eigenes Geld vorhanden ist, wenn ihr das versteht. Es gab da wohl mal einmalig irgendwie eine Investorengruppe von verschiedenen Versicherungsunternehmen, wo sie irgendwie Kontakte hatten, anfangs von 777, dann gab es auch große Privatinvestoren, die da Geld reingelegt haben und jetzt ist es aber so, dass die Großteile der Firmen eigentlich kaum Gewinne abwerfen, außer eben dieses Unternehmen hier Sutton Park. Die meisten Unternehmen werfen keine Gewinne ab und dann fragt man sich halt, ja, wie kriegen denn die Investoren ihr Geld wieder? Das hört sich schon sehr danach an. Neues Geld kommt rein, das wird dann teilweise denen, die schon angelegt hat, gegeben und neu investiert. Also alles ziemlich undurchsichtig und zumindest nach den Vorwürfen her auch nicht wirklich seriös, aber ist für mich, wie gesagt, auch nicht nachvollziehbar, auch wenn da teilweise natürlich Gerichtsakten und so weiter beiliegen und es ist wirklich krass recherchiert. Es sind viele Sachen halt, wie auch damals bei Windhorst, die halt einfach immer erst mal vorgeworfen, ich will 777 da nicht verteidigen, um Gottes Willen, aber es sind viele Sachen, die da erst mal so vorgeworfen werden, die halt schwierig nachzuvollziehen sind. Ja, diese unbequandten Quellen, die eben auch gesagt haben, sie verstehen nicht so richtig, was diese Investitionen sollen, weil wir haben jetzt auch mitbekommen, um Sevilla absolut in der Schuldensituation, die müssen jetzt gefühlt alle möglichen Spieler verkaufen. Den Klub haben sie sich geholt, der natürlich wie alle anderen Vereine einen guten Standort hat und auch eine gewisse Historie bei den Fans mit sich bringt, aber da haben sie ja auch nur eine Minderheitsbeteiligung, aber auch da soll laut verschiedenen Quellen es laut dieses Berichtes wohl so sein, dass sie immer wieder trotz Minderheitsbeteiligung haben sie immer wieder versucht, dort eben mehr Macht zu erlangen, bei Sevilla und auch Einfluss zu nehmen. Das ist ja eine Sache, die man bei uns gar nicht will und wo natürlich auch die DFL zu rechter Weise auf die 50 plus 1 Regel verweisen wird, dass es auch nicht ein Aushebeln von 50 plus 1 durch die Hintertür geben wird und diese Quellen sagen halt, ja, diese ganzen Clubs, in die die investieren, ist ja nicht nur so, dass sie da einmal eine Summe rein investieren müssen. Nehmen wir nur das Beispiel an Hertha, wo sie jetzt einmalig 100 Millionen rein investieren, sondern damit die erfolgreich werden können, langfristig bedarf es da auch immer wieder neuer Investitionen und da ist halt die Frage, wo kommt das Geld her und ab wann rechnet sich denn so eine Investition wirklich für Triple 7? Die Quellen sagen, sie arbeiten eigentlich überall nach den gleichen Phasen, erst Hoffnung machen, ähnlich wie bei uns, dann gibt es den Reality-Check und Phase 3 ist dann die Ernüchterung. Ich habe etliche Nachrichten schon von Vasco da Gama-Fans bekommen auf Instagram, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie enttäuscht die sind, ist halt immer die Frage, haben die sich jetzt einfach nur mehr erwartet, haben die erwartet, die werden direkt zur Nummer 1 in Brasilien, nachdem sie ja zwischenzeitlich auch Zweitligist waren oder waren die Erwartungen da einfach falsche oder hat sich da Triple 7 nicht an die Vereinbarung gehalten, Gelder zu spät gezahlt, was viele Fans denen auf jeden Fall immer wieder mal vorwerfen, was natürlich bei uns auch eine Katastrophe wäre, weil wir schieben ja jetzt sehr, sehr viel Gelder einfach nur nach hinten auf, ob das Zahlungen sind, die wir vorzeitig nach vorne ziehen, wo wir Leistungen noch erbringen müssen, ob das eine Stundung der Stadionmiete ist, ob das die Anleihe ist, die wir in zwei Jahren zurückzahlen, da muss es ja einen konkreten Rückzahlungsplan geben und ich denke mal, ein großer Anteil davon wird natürlich auch das Investitionsvolumen von Triple 7 sein, was ja in drei Tranchen fließen soll und wovon erst eine bezahlt ist, wenn die natürlich nicht pünktlich ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen, wird das natürlich problematisch, wir hatten damals bei Windhorst ja schon diese Problematik, da war dann auch immer Aussage gegen Aussage, Hertha sagte dann, die Zahlungen sind nicht rechtzeitig gekommen, um richtige Transfers abschließen zu können, und Windhorst sagte, nee, wir haben mit Tenor immer pünktlich bezahlt, also hört sich alles auf jeden Fall nicht gut an, allerdings muss man sagen, diese Seite ist generell so, naja, es ist vielleicht auch gar nicht negativ zu werten, aber die ist halt, was Recherchen angeht, sehr kritisch unterwegs und die Aussagen zu Hertha, die da drin standen, waren für mich zumindest mal, sie waren nicht falsch, aber sie waren trotzdem auch so, dass sie ein bisschen schon, obwohl ja noch nicht lange da sind, Triple Seven, negatives Licht auf Triple Seven werfen sollten, wo ich sagen muss, naja, noch kann man ja bei Hertha, noch, ja, weiß nicht, was da noch kommt, aber noch kann man ja Triple Seven bei Hertha jetzt nicht wirklich viel vorwerfen, zumindest das, was die Öffentlichkeit weiß, ich weiß ja nicht, was da im Hintergrund alles abläuft, weil da schrieben sie dann so sinngemäß, ja, die Hertha-Fans sind enttäuscht über den Abstieg und dann gab es ja sogar die Gefahr zum Abstieg in die vierte Liga, aber sie werfen das jetzt nicht nur Triple Seven vor, so sinngemäß, sie werfen das nicht nur Triple Seven vor, sondern die alte Geschäftsführung und der alte Besitzer haben da sehr, sehr viel falsch gemacht, Besitzer ist ja sowieso schon mal falsch, weil es gibt es ja bei uns nicht, sie haben ja nur Anteile von der ausgegiererten Kapitalgesellschaft, aber das ist ein anderes Thema, aber wo ich mir auch so denke, naja, der Abstieg hat ja jetzt wohl nichts mit dem Triple Seven Einstieg zu tun, ob wir uns jetzt freuen oder nicht, das sei jedem selbst überlassen als Fan, dass sie eingestiegen sind, aber die waren ja, so wie wir es gehört haben von unserem Präsidenten, ein alternativloser Einstieg, der, falls er nicht stattgefunden hätte, wahrscheinlich dazu geführt hätte, dass wir entweder die Lizenz nicht bekommen hätten oder generell einfach in die Insolvenz gegangen wären, also von daher, den kannst du vielleicht im Nachgang etliche Sachen dann noch vorwerfen oder wenn man Details kennt, aber so wie sie es beschrieben haben, kann man denen ja jetzt nicht was vorwerfen und trotzdem hat man versucht, das so ein bisschen in negativen Kontext zu bringen, aber natürlich, da sind viele Sachen, die auch belegt sind zu George Wanda mit diesen ganzen Gerichtsurteilen, da sind viele Sachen, die sind jetzt erstmal nur Unterstellungen von außen stehen, da gibt es so viel, wo ich noch drüber mit euch reden könnte, aber soll ich jetzt da jedes einzelne Thema, was da an Vorwürfen kam, mit euch durchgehen, lest euch den Bericht einfach selber durch zu diesem Punkt, wo sie, sie haben wohl Finanzexperten im Bereich von Fußballinvestments befragt und haben dann eben auch Beispiele gegenüber gesetzt von der City Group, die da unterstützt wird von Staatsfonds oder von Josh Bowley, der da bei Chelsea investiert hat, wo einfach viel mehr Summen im Hintergrund stehen, wo man sagt, ja, so kannst du auch wirklich vielleicht Geld machen mit Fußballvereinen, aber mit dem, wo man nicht weiß, wo kommt das Geld her, wie viel Geld hat Triple Seven wirklich und investieren in nur Clubs, die gerade in sportlicher Schieflage sind und auch in wirtschaftlicher Schieflage, fragen sich zumindest diese Experten, die sie zur Rate gezogen haben, wie das ein gewinnbringendes Konzept sein kann, aber ich würde das schon vielleicht nicht ganz so kritisch sehen beziehungsweise erstmal offen halten, weil man sieht ja schon, man erkennt ja schon klar, was sie machen wollen, sie investieren auf jeden Fall in Vereine mit großer Historie, selbst der FC Paris hat eine große Historie, Hertha hat eine große Historie, eine große Anhängerschaft, sie haben jetzt quasi in Belgien, in Deutschland, sie haben in Australien, in den FC Melbourne, sie haben in Frankreich investiert, sie haben in Italien, in den CFC Genua investiert, sie haben in Vasco da Gama auch in einen Klub investiert, der eine große Vergangenheit hat und eine große Anhängerschaft hat, also man kann schon, also wenn es wirklich sehr, sehr langfristig geplant ist, zumal sie ja da auch wirklich mit Johannes Spohr und so weiter echt Leute auch eingestellt haben, die in diesem Netzwerk dann eben die Vereine unterstützen sollen auf sportlicher Ebene, vielleicht auch im Scouting-Bereich ähnlich arbeiten wollen wie der Besitzer von Brighton und von Saint-Gilles, dass man da dieses datenbasierte Scouting und so macht, dann kann das natürlich in Zukunft schon ertragreich sein und Rendite erzielen, gerade wenn man bedenkt, dass wenn Hertha mal irgendwann Gewinne erzielen sollte, was bei den wenigsten Bundesliga-Vereinen ja der Fall ist, aber wenn das mal der Fall sein sollte, dass große Teile der Gewinne ihnen ja auch zufließen würden und bei einem Weiterverkauf, das natürlich dann auch sehr, sehr attraktiv für sie wäre, also jetzt einfach nur zu sagen, es macht gar keinen Sinn, diese Anlagestrategie weiß ich nicht, aber wir wissen eben auch nicht, wie viel Geld ist im Hintergrund und dieses krass darauf beharren, die Anleihe zu verlängern, muss man sagen und dass Triple Seven nicht einfach gesagt hat, wir zahlen die Anleihe jetzt ab und das ziehen wir zum Beispiel von den 100 Millionen ab oder wir investieren nochmal 40 Millionen mehr und auch dieses, man war sich ja immer nicht klar, kommt da jetzt wenigstens mal die Bankbürgschaft von Triple Seven, damit es abgesichert ist, falls eben die Anleiheverlängerung nicht klappt, auch das hat ja lange gedauert, das sind natürlich zumindest mal Indizien, sind keine Beweise, aber sind Indizien, wo man von ausgehen könnte, dass das Geld vielleicht bei Triple Seven gar nicht mal so locker sitzt, dass sie da wirklich nur mit fremden Investorengeldern arbeiten und da gar nicht so viel Geld übrig ist, sie wollten ja auch in den FC Everton investieren, ich weiß nicht, was daraus jetzt wird, die sind ja in der Liga geblieben, das war ja wohl die Grundvoraussetzung, in dem Artikel wurde auch noch beschrieben, das wohl zumindest mal ein leichtes Interesse in der Öffentlichkeit vermeldet wurde, dass man da auch in Aston Willer oder so investieren konnte, ja, also sehr undurchsichtig, sehr viele Vorwürfe von George Wanda privat, dass er da nicht die beste Zahlungsbereitschaft hat, über das die Firmen nicht immer pünktlich gezahlt haben, dass sie Notsituationen ausgenutzt haben, dass gar nicht so viel Geld im Hintergrund ist, dass man nicht so richtig weiß, was ist deren Anlagestrategie, ganz, ganz viele Dinge, die da mit in einen Topf geworfen werden, die natürlich das jetzt erstmal nicht in ein gutes Licht stellen lassen und wo man sich dann wieder sagt, ey, wen hat man sich da ins Boot geholt, ich kann ja nur noch sagen, ich war ja zumindest schon mal positiv überrascht, als ich gelesen habe, die investieren und ich habe ein bisschen Triple Seven gegoogelt, ich habe ein bisschen Josh Wanda gegoogelt, der ja auch nicht der einzige Gründer ist, sondern nur Co-Founder mit diesem Herrn Pasco zusammen von Triple Seven und ich habe eigentlich jetzt keine großen Berichte gefunden, wenn man Lars Winters eingeben hat, hat man gleich etliche Berichte, das kann aber natürlich auch daran liegen, dass uns natürlich vornehmlich dann deutsche Suchanfragen vorgeschlagen werden. Das hört sich jetzt auf jeden Fall nicht viel besser an. Ich bin da immer zwiegespalten, wahrscheinlich arbeiten einfach viele Investmentfirmen so und haben viele Leichen im Keller, was es jetzt nicht besser macht, aber wahrscheinlich, wenn man da recherchiert, findet man immer was. Vielleicht ist es auch einfach so, dass bei diesem Geschäftskonzept, was nun wirklich, ja, wenn man es mal moralisch betrachtet, vielleicht, vielleicht ist es einfach so, dass die immer so geführt werden, aber muss es wirklich so sein, das ist jetzt schon fast wieder eine philosophische oder moralische Frage, muss man nur, weil man Investor ist oder weil man ein Private Equity Unternehmen ist, was ja eigentlich auch in der Natur der Sache liegt, muss man ja auch nochmal dazu sagen, eine Private Equity ist ja nun mal so, die Sammengelder von Investoren investieren es und erzielen damit Überschüsse. Also es ist ja nun mal das normale Geschäftsmodell von so einem Unternehmen, das nicht zwangsläufig dann immer mit eigenem Geld arbeitet, die Frage, die hier halt nur gestellt wird, ist, lassen sich mit den Investments, die sie machen, eben auf sauberem Weg Renditen erzielen oder, ja, sind sie eben wirklich eine Heuschrecke in dem Sinne, die die Unternehmen, in die sie investieren, einfach nur ausbluten lassen und die Unternehmen stehen danach vor der Insolvenz oder stehen danach schlechter da als vorher, sie haben sich aber ihr Geld rausgezogen. Das ist, glaube ich, die Kernfrage. Die kann man aber, glaube ich, so leicht nicht beantworten. Der Bericht löst auf jeden Fall kein gutes Bauchgefühl in einem aus. Mal gucken, was da in den nächsten Wochen noch kommt. Man weiß auch immer nicht, bei so vielen Firmen, bei so vielen Investments, bei so vielen Sachen gibt es immer Leute natürlich, die nicht gut auf einzusprechen sind, die dann eben auch diese Quellen sein könnten. Ja, ihr könnt mir ja mal eure Meinung dazu reinschreiben. Lest euch den Bericht aber gerne durch. Das ist hier keine vollständige Wiedergabe gewesen, sondern nur so ein bisschen, was ich mir aufgeschrieben habe und Gedächtnisprotokoll, was mir hängen geblieben ist. Ja, weiß nicht groß, was ich dazu noch weiter sagen soll, außer ich könnte jetzt jeden einzelnen Vorwurf mit euch durchgehen, aber dann sitzen wir wahrscheinlich hier nach zwei Stunden Video noch. Können auch gerne heute Abend im Stream mal ein bisschen darüber sprechen, aber ihr solltet euch den Bericht auf jeden Fall mal durchlesen, um euch eure eigene Meinung dazu zu bilden. Ich glaube, man muss es wirklich tatsächlich immer versuchen, zumindest mal neutral zu betrachten und nicht davon auszugehen, dass jetzt alles stimmt. Man sollte aber natürlich trotzdem die Augen und Ohren offen halten und nicht blind glauben, dass das ein Investor ist, der bei uns investiert hat und nur das Beste für den Verein will, was er ja zwangsläufig will, um damit Geld zu erzielen, aber es kann eben auch anders laufen. Hoffen wir mal nicht, dass es dann irgendwann so eine Situation gibt, wir haben kein Geld und sind darauf angewiesen, uns einen Kredit geben zu lassen von Triple Seven. Dann weiß ich nicht, ob das wirtschaftlich so gut für uns ausgehen wird. Also gerne mal eure Meinung dazu rein. Ich hoffe, das Video ist trotzdem einigermaßen nachvollziehbar gewesen, ist halt auch ein kompliziertes Thema. Es ist immer eigentlich besser, wenn man sowas zu zweit bespricht. Denk mal, ich werde es am Mittwoch mit Flo im Talk auch nochmal besprechen, weil dann kann man immer noch ein paar andere Gedanken, Anreize mit reinbringen und kann auch den anderen vielleicht oder kann sich korrigieren lassen von dem anderen, wenn man was falsch wiedergegeben hat. Ja, in diesem Sinne, jetzt beende ich das Video, aber wirklich hau he. Bis zum nächsten Video und bis zum nächsten Stream. Bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.